In diesem Screencast, meine Damen und Herren, möchte ich Ihnen den Aufbau eines Apache Jmeter Testplans am Beispiel des Use Case Szenarios von Asnova Instant Feedback erläutern. Beginnen wir zunächst mit dem System Under Test, also dem zu testenden System Asnova und hier wollen wir uns nun das Szenario Instant Feedback anschauen. Wir haben also in unserer Vagrant Maschine Production Asnova gestartet und ich zeige Ihnen kurz, was mit dem Szenario Feedback gemeint ist. Sie loggen sich ein als Gast, betreten die Sitzung, die Sie vorher angelegt haben müssen, in diesem Fall Perftest und geben dem Dozenten über diese Option eine Rückmeldung, ob Sie dem Vortrag folgen können. Sie sehen, diese Balken werden wir entsprechend ausschlagen lassen durch den Performance Test. Sie können direkt, wenn Sie nachher als End User die User Experience Under Last testen wollen, auf die Icons klicken. Kommen wir nun zum Testplan. Ich habe zwei Szenarien vorbereitet. Einmal ein Szenario, in dem nur 10 virtuelle User diesen Use Case aufrufen und das in 5 Sekunden sind Sie alle an Bord und Sie durchlaufen dieses Szenario nur einmal. Das zweite Szenario, Large Lecture Hall, hat 100 simultane virtuelle User, die im gleichen Zeitraum, Ramp-Up-Period, starten. Und auch hier wird der Use Case Feedback geben, nur einmal durchlaufen. Ich habe zum einen die Session ID als User Defined Variable definiert. Wenn Sie also mit einer anderen Session arbeiten, müssen Sie ja zwangsweise, weil das ist ja die meinige Session, müssten Sie hier den Sessionschlüssel ändern. Dann müssen sich die Gäste einloggen, über den Gast-Login. Das passiert mit zufällig generierten Werten. Und diese Werte werden für jeden virtuellen User getrennt erzeugt. Die User überlegen sich, also von der Realität, welchen folgenden Klick denn sie tätigen wollen. Das nennt man Think Time oder auch Wait Time. Und wir wollen hier mal davon ausgehen, dass es ein bis fünf Sekunden dauern wird. Zufällig generiert auch wieder individuell für den einzelnen virtuellen User. Dann sollen diese User ja Feedback geben, wie ich das ja gerade gezeigt habe. Wir haben hier vier Werte. I can follow you bis zu you have lost me. Die werden intern von der Applikation als Integer-Werte 0 bis 3 definiert. Auch hier soll jeder User natürlich individuell und zufällig Feedback geben. Dann für die Samplers, also die HTTP-Request-Controllers, werden wir an dieser Stelle aus Bequemlichkeitsgründen einmal die URL definieren und den Port. Beziehungsweise wir sind ja hier direkt auf Localhost, könnten auch mit 127.001 arbeiten. Wir wollen möglichst einen realistischen Browser mit JMeter simulieren. Deswegen instruieren wir JMeter bei einem Lauf, alle eingebundenen Ressources zu laden. Das heißt also Bilder, JavaScript, obwohl Sie wissen, JMeter kein JavaScript ausführt, interpretiert. Und Videos, Audios, externe Quellen. Wir erlauben vier parallele HTTP-Requests auf einer TCP-Verbindung. Asnova benutzt Cookies für die Sicherheitsarchitektur im Backend. Dort wird die Session gehalten, zugeordnet. Wir verwenden überall Application JSON als Austauschformat bei den Requests und Responses. Und deshalb können wir das hier generell als Header-Value vereinbaren. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Aktionen, die ein virtueller User im Rahmen dieses Testplans, im Rahmen des Use-Case-Szenario-Feedback geben, tun muss. Zum einen lockt er sich ein. Und Sie können anhand dieses Formulars sehen, was hier alles übergeben wird. Und das ist ein Get-Request und die erforderlichen URL-Get-Parameter sehen Sie hier. Und das hatten wir ja als Zufallsvariable definiert. Wenn dieser User angemeldet ist am System Asnova, muss er sich in die Session einloggen. Dazu braucht er als URI-Ergänzung diesen Pfad Session mit dem Session-Key, also der Session-ID. Das andere bleibt wie gehabt. Dann werden die aktiven Benutzer abgefragt. Das sind die Badges hier am Häuschen der Startseite an der Session. Dann beginnt das eigentliche Szenario. Eingebettet ist das Ganze in einem Schleifen-Controller, der zehnmal durchlaufen wird. Also ein virtueller User gibt zehnmal dem Dozenten Feedback, inwieweit er oder sie dem Vortrag folgen konnte. Und zwar zwischen jedem dieser Aktionen vergehen zufällig so und so viele Sekunden. Was hatten wir eingestellt? Eine bis fünf Sekunden. Ergibt dann das Feedback über ein Post-Request und den entsprechenden Body-Parametern. Das heißt hier ein JSON-Array oder wahrscheinlich auch nur eine Zahl, die diese Auswahl kodiert. Danach wird für diesen User der aktuelle Stand aller Feedbacks, also von den 100 aktiven Nutzern, abgefragt. Das wäre dann in etwa dieser Badge hier unten am Feedback. Und danach, wenn er zehnmal durchlaufen hat, diese Schleife fliegt er raus oder er meldet sich ab. Wir haben dann hier einige Listeners definiert. Wir können jede Menge andere dazu packen, aber das haben Sie ja wahrscheinlich schon gelernt, wie das zu erfolgen hat. Ich habe welche aus den Plugins vom Google-Code-Projekt gewählt. Ich erläutere die ganz kurz. Das sind die Standard-Listeners. Da werden die Szenarien kurz aufgelistet. Aber das machen wir am besten anhand eines Beispiels. Also, löschen wir den vorangegangenen Lauf, also alle seine Sampler-Daten. Wir hatten eben gesehen, dass da welche vorhanden waren. Schönes Symbol hier, die Besen. Und dann lassen wir es mal laufen und schauen uns das an. Sie sehen hier, dass die 100 User, wie geplant, linear sich anmelden. Und hier fluckert es ja auch schon. Einige sind schon angekommen. Gehen wir ganz schnell in die einzelnen Anzeigen. Hier haben Sie eine tabellarische aktuelle Auflistung der einzelnen Szenarien. Also, nein, wir haben nur ein Szenario, Large Lecture Hall und der Aktionen dort. Das gibt es auch in dieser Form. Sie könnten, wenn Sie hier einen anhalten, sich das Protokoll, den Traffic, genauestens anschauen. Die Requests und die Responses dieser Anfrage. Das Ganze gibt es auch nochmal als Tabelle. Und jetzt kommen wir zum Load-Profil. Sie sehen, hier sind die 100 User innerhalb von 5 Sekunden eingetroffen. Dann weitverbreitetes, weitverbreitete Metrik, Hits pro Sekunde. Am Eingang, also als die 100 User eingeloggt wurden, haben wir heftige Ausschläge. Aus diesen beiden können Sie auch einen zusammenhängenden Graph konstruieren. Also, wenn Sie das Last-Profil und die Requests per Second übereinanderlegen wollen, können Sie das machen. Hier fehlen Ihnen noch die Daten, nehme ich an. Oder im zweiten Lauf könnten wir uns das anschauen. Und hier haben wir die Antwortzeiten der einzelnen Aktionen, also der Klicks, der HTTP-Requests. Das Szenario ist so gut wie durchgelaufen. 100 User. Und jetzt könnten wir mittendrin auch einmal die User Experience an der Load testen. Also, ich gehe hier rein. Diese Ansicht hier im iOS-Simulator ist jetzt aktiv. Und ich versuche, mich hier einzubringen. Da sehe ich nichts. Denn es dauert schon ein bisschen länger als vorher, als wir den Test mit den 100 User nicht haben durchlaufen lassen. Obwohl, jetzt geht es wieder. Aber wenn wir uns das genau anschauen, dann ist ja auch schon alles gelaufen. Ich war ja gar nicht mehr unter Last. Wir hätten diesen Test in diesem Bereich machen müssen, wo die 100 User alle im System sind. Diese blaue Linie steht für die Session, die abgerufen werden. Also, wo man sich einloggt. Nach 16 Sekunden ist auch der letzte drin. Und dann geht es los. 100 Leute geben 10 Mal hintereinander und überlagert. Ihr Feedback. Und hier beginnen Sie dann, wenn die Loop, die Schleife abgearbeitet ist, 10 Mal haben Sie Feedback gegeben und Feedbackergebnisse eingesammelt, beginnen Sie sich wieder aus dem System auszulocken. Und hier dann ist der letzte auch draußen. Jetzt kann man mit dem Composite Listener ganz gut arbeiten. Hier sind alle verfügbaren Quellen gelistet. Und damit können Sie jetzt Graphen überlagern, um Schlüsse zu ziehen. Wir haben hier das Lastprofil. Und die User gehen ganz langsam wieder aus dem System raus. Wir haben die Server-Hits pro Sekunde. Wenn wir uns die da drüber legen, dann sehen Sie, dass hier ganz viele vorhanden sind. Also Sie müssen das Bild groß machen. 200 bis zu 200 HTTP-Requests pro Sekunde beim Anmelden an das System. Beim eigentlichen Use-Case-Szenario hält sich das in relativ normalen Bereichen. Und beim Auslocken geht es da nochmal heftiger zu. Und so können Sie also auch alles, was Sie vorher an Listeners aktiviert haben, dazusatteln. Interessant vielleicht noch die erfolgreichen Transaktionen. Und falls es Fehler gab, auch die gescheiterten Transaktionen. Wir hatten keine. Also mein Hochleistungs-iMac mit wieviel Kern? Weiß ich nicht. 4, glaube ich. Und 16 GB Hauptspeicher. Der hat keine Fehler produziert. Sie sollten unbedingt aber auch nochmal Ihre eigene Performance sich anschauen. Was ist das denn hier? Gut. Und das vergleichen, was da so passiert. Wie stark Ihre CPU, also Ihres Host-Rechners, belastet wird, der Speicherverbrauch und ähnlichem mehr. So, und in Ihrer Hausaufgabe sollen Sie zwei Szenarien parallel laufen lassen. Dazu müssten Sie im Testplan entsprechend diesen konfigurieren. Und Sie sollen ja auch die einzelnen Szenarien zeitlich begrenzen. All das, wenn Sie sich eingearbeitet haben, steht Ihnen an Optionen zur Verfügung.